Ich finde es sehr beeindruckend, wie Wiebke Ladwig, AdSinn und Verstand oder John Marcus Henry Brown im Netz agieren. Das sind für mich sehr beeindruckende digitale Szenografen, die über alle Formen hinweg, egal ob Postings, Stimme, im Wort und Bild und wirklich auch ein Bewegtbild sich im Netz bewegen. Als Ziel würde ich sagen, professionell und emotional zu überzeugen, punktuell zu verstören und wenn das mit Humor klappt, am besten. Ein digitales Ziel wäre, viel vertreten zu sein, bekannt zu sein und ernst genommen zu werden. Ganz konkret ein Vorbild habe ich nicht. Ich finde aber, dass Richard Gutjahr das ziemlich gut macht, wie er im Internet kommuniziert. Und mir wäre es wichtig, im Internet als authentisch und verlässlich wahrgenommen zu werden. Ein digitales Vorbild habe ich direkt nicht. Ziel habe ich mir aber gesetzt, genauso sichtbar zu sein wie Sascha Lobow. Also ein digitales Vorbild habe ich nicht. Ich möchte eher mehr Kontakte haben, über einen langen Zeitraum diese Kontakte halten und für mich so die Social-Media-Kanäle als Freiraum benutzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.